Heidi Klum, glühende Reaktionen aufheißen mit den Elevator Boys. Heidi Klum, 49, steht niemals still. Die Germanis Next Top Model Jurorin ist neugierig darauf, die Welt auf neuen Wegen zu erobern. Ihr Draht zu den Elevator Boys glüht aktuell, in vielerlei Hinsicht. Gemeinsam mit Bene Schulz, Julian Braun, Jakob Ritt, Tim Schäcker und Luis Freitag geht es leidenschaftlich zur Sache, in einem neuen Clip, der für Staunen bei Fans bei der Lage sorgt. Nicht jeder scheint überzeugt von Heides heißer Interaktion mit den Social Media Stars zu sein. Und was soll bloß ihr Ehemann Tom Kaulitz, 33, davon halten? Um eine Antwort ist das Model nicht verlegen, wie unser Video zeigt. Verwendete Quelle, TikTok.com